Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Video, das du dir jederzeit ganz kurz nebenbei anhören kannst, wenn es dir mal nicht so gut geht. Egal aus welchen Gründen, egal wie du dich fühlst, ob du traurig bist, ob du wütend bist, ob du dich hoffnungslos fühlst. Mit diesem Video möchte ich dir einfach in kürzester Zeit ein besseres Gefühl vermitteln. Und das, was ich dir jetzt gleich sagen werde, das meine ich so aus tiefstem Herzen und bin überzeugt von meinen Worten. Du bist ein wundervoller Mensch. Vergiss das nie. Es gibt Menschen da draußen, denen du die Welt bedeutest, die dich lieben, eben weil du bist, wie du bist. Die dich so akzeptieren, wie du bist. Und liebe dich selbst auch. Sei geduldig mit dir. Sei freundlich zu dir. Schenk dir selbst die Liebe, die du verdient hast. Denn einfach durch dein Sein, durch dein reines Herz, hast du alle Liebe dieser Welt verdient. Du musst nicht erst irgendetwas tun, um dir diese Liebe zu verdienen. Denn sie steht dir zu. In jedem Moment. Egal, ob es dir gerade gut geht oder ob es dir gerade schlecht geht. Und es wird auch wieder bessere Tage geben. Die gibt es immer. Aber ohne diese Tiefs gäbe es auch die Hochs nicht. Wir brauchen die Tiefs, um die Hochs wert zu schätzen und um sie genießen zu können. Und denke an den Tag, wenn es dir wieder besser geht. Wie glücklich du sein wirst. Wie deine Energie strahlen wird. Und das merken auch die Menschen um dich herum. Und auch ihre Energie wird strahlen. Und zusammen werdet ihr eine wunderschöne Zeit erleben. Aber bis dahin nimm an, wie du dich fühlst. Alle Gefühle gehören zu unserem Leben dazu. Natürlich erleben wir die Positiveren weit lieber als die Negativen. Doch auch die negativen Gefühle gehören zu uns. Also stoße sie nicht ab. Denn sonst stößt du auch einen Teil von dir ab. Nimm dich an, wie du bist. Mit all deinen Gefühlen. Mit all deinen Emotionen. Mit all deinen Gedanken. Sie sind ein Teil von dir. ein Teil deiner Geschichte. Sie machen dich so besonders. Denn so jemanden wie dich gibt es nicht noch einmal auf der Welt. Du bist einzigartig. Und alles, was einzigartig ist, ist unglaublich wertvoll und kostbar. Du bist wertvoll und kostbar. Du bist ein unglaublich toller Mensch. Mit einem reinen Herzen und einer wunderschönen Seele. Und ich hoffe, dass du das eines Tages selbst erkennen kannst. Und dass sich die Tage mehren, an denen du siehst, wie wundervoll du bist, wie wunderschön du bist, innen und außen. Du gibst in jedem Moment dein Bestes. Du bist immer da, bist immer präsent. Wertschätze das. Sieh deine Erfolge. Sieh, was du schon alles geleistet hast und was du jeden Tag Unfassbares leistest. Rede das nicht klein. Sieh genau hin. Du bist ein Wunder. Und ich bin sehr dankbar, dass du auf dieser Welt bist. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Kraft und positive Energie. Du bist ein einzigartiges Wesen und ein wundervoller Mensch. Vielen Dank, dass es dich gibt.